Unter Wasser. Gut gemacht. So weit, so gut. Jetzt brauchen wir natürlich einen Anlauf dazu, weil es soll ja ein Sprung werden. Super gemacht. Und ein Handzeichen. Alle Übungen, die wir uns den Tieren beidringen, beruhen auf einem Handzeichen, damit das Tier weiß, was es überhaupt zeigen soll. Und jetzt hat, Achtung, wird mein Target ein bisschen länger, weil ich muss ja bis in die lange Beckenmitte von der Lagune kommen. So. Nicht ins Wasser plumpsen. So, Achtung, jetzt kommt das Handzeichen, ein Anlauf und dann fast der fertige Salto. So, Achtung, jetzt kommt das Handzeichen, ein Anlauf und dann 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 kommt das Handzeichen, ein